Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Herzlich Willkommen zu Review zu Bridgerton Staffel 3. Zusammen mit Sven. Hallo Sven. Hallo. Und mit mir Britt-Marie. Und wir sind das altgewohnte Bridgerton-Team, oder? Ja. Wir haben schon Staffel 1 und 2 miteinander besprochen und auch den Queen Charlotte Spin-Off. Nee, ich glaube, ich bin erst bei Queen Charlotte. Ach echt? Ich glaube Staffel 1 und 2. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall bist du ab sofort sozusagen verdammt alle Bridgerton Seasons zu schauen und auch unter anderem jetzt Staffel 3. Denn die ist am 16. Mai gestartet. Es gibt insgesamt 8 Folgen, aber Netflix hat etwas gemacht, was sie ja in letzter Zeit mit ihren neuen Staffeln oft machen. Und was mich ja ohne Ende ärgert, sie haben die Staffel in zwei Teile geteilt. Die ersten 4 Folgen von 8 kommen am 16. Mai und die zweite Hälfte der Staffel kommen am 13. Juni. Das heißt, da ist dann auch ein guter Monat Pause zwischen der ersten und der zweiten Staffel. Gott sei Dank nicht länger. Ja, was sagen wir denn dazu, dass sie das so schön geteilt haben? Ich bin da auch kein Fan von. Also ich finde, es ist eher eine Bestrafung für die Dauerabonnenten, als dass es ein Lockmittel ist, um die Leute zu halten. Ich bin da. Ich mag das wirklich nicht. Also ich finde, es sollte jedem selbst überlassen sein, ob man jetzt sagt, ich ziehe es mir in einem Stück rein oder ich mache als zwischendrin Pause. Theoretisch, wenn jede Woche eine Folge rauskommen würde, wäre das genau diese Pause, die wir da hätten. Sprich vom 16. Mai vier Wochen und dann würden quasi Folge 5, 6, 7 und 8 kommen. Aber naja, die ersten vier Folgen, die erste Hälfte der ersten Staffel konnten wir uns schon anschauen. Und ich habe quasi hier auf der Stuhlkante gesessen und gewartet und gehofft, dass wir Screener kriegen. Und als es dann hier Screener sind, da habe ich so, oh mein Gott, gib mir, gib mir den Einlog-Code. Und dann habe ich sie tatsächlich durchgebincht. Obwohl es schon sehr spät war, aber ich dachte, ich scheiß drauf, ich gehe morgen müde zur Arbeit, ich gucke das jetzt fertig. Ich habe da so lange drauf gewartet und deswegen musste das sein. Aber ich glaube, du bist da vernünftiger reingegangen und hast es dir in Ruhe angeschaut, über mehrere Tage verteilt, oder? Ja, über zwei. Also es ist wirklich so, ich hatte mit den ersten zwei Folgen wirklich sehr zu kämpfen. Okay. Es war wirklich so eine Art, teilweise, wo ich gedacht habe, warum tue ich mir das an, so eine Art Selbstgeißelung. Für mich, Sven, für mich. Ja, ich mache ja alles. Nein, aber das, nee, ich habe es mir tatsächlich geteilt, weil ich diese Namen halt noch nicht wirklich gut drauf habe. Und es sind halt viele Charaktere. Und ich muss mich da immer, ich brauche immer eine ziemlich lange Zeit, um mich da reinzufinden und alles auch irgendwie zu sortieren. Deswegen dachte ich, mach lieber zwei, Pause und am nächsten Tag nochmal zwei. Das ist aber richtig. Also das war auch schon in den ersten beiden Staffeln so. Du hast ja einen wahnsinnigen Cast. Du hast ja nicht nur die Familie Bitchetten, die aus acht Kindern besteht, plus die Mama, plus Bedienstete oder Freunde und Bekannte. Sondern du hast ja auch eine ganze Reihe von eben anderen Figuren drumherum, die irgendwie in irgendeiner Form wichtig sind. Und das war natürlich jetzt in Staffel drei auch so. Und ich kann mir vorstellen, wenn man da kein so riesen Fan ist wie ich, dass man dann nach der Pause zwischen zwei und drei einfach echt so ein bisschen den Überblick komplett verloren hat. Aber interessant ist, diese dritte Staffel ist wieder unter den Fittichen von Shonda Rhimes entstanden, die da eine von einigen ausführenden Produzenten ist. Wie unter anderem zum Beispiel auch Chris von Dusen, den man ja auch schon kennt. Aber in dieser dritten Staffel gab es eine neue Showrunnerin, die so ein bisschen die Zügel in die Hand genommen hat. Und das war Jess Brownell, die in einem Interview gesagt hat, sie war total begeistert davon, dass sie ausgewählt worden ist, die neue Showrunnerin zu sein. Aber sie hatte auch wahnsinnig Schiss, das total zu versemmeln, weil sie wusste, wie viele Leute das eben lieben und wie viele Herzen da dran hängen. Aber sie glaubt, es ist ein ganz gutes Ergebnis rausgekommen. Und ich glaube das auch. Ja, und die große Frage ist natürlich, wo setzen wir an in dieser dritten Staffel? Und was ist das Hauptthema, beziehungsweise um wen geht es? Denn das war ja auch immer die große Frage für die anderen Staffeln. Also wer ist das große Liebespaar aus Staffel 1, beziehungsweise 2 und jetzt eben in 3? Und wir wussten schon, so viel wurde schon verraten, dass Penelope und Colin, aka Pollin, das große Pärchen dieser Season werden wird. Und Penelope ist tatsächlich meine Lieblingsfigur in Bitschatten. Und deswegen habe ich hier auch echt so hingefiebert und gehofft und die Daumen gedrückt. Deswegen habe ich mich sehr gefreut. Wie würdest du denn beschreiben, was so die Hauptgeschichte dieser dritten Staffel ist? Also es ist natürlich wieder Regency Part-Time. Und dieses Mal liegt, so finde ich, der Hauptaugenmerk auf zwei Pärchen. Und zwar Penelope und Colin und bei den Bridgertons um Francesca und John Kilmartin. Genau. Die Hauptstory sind schon Penelope und Colin, wobei Colin ja sozusagen die männliche Seite der Bridgertons abdeckt, während dann Francesca die weibliche Seite der Bridgertons abdeckt. Und ich finde, Francesca hat so ein bisschen die Story, die Daphne in Staffel 1 hatte. Sie hat also auch ihr Debüt und die Mama hofft, sie wird zum Diamant der Saison gewählt. Leider wählt die Königin in dieser Season offensichtlich keinen Diamanten der Saison. Alle versuchen es irgendwie zu werden und die Queen lässt sich da schön bitten. Und interessant finde ich hier tatsächlich, dass wir aber ein bisschen eine andere Geschichte von Francesca erzählt bekommen, weil sie tatsächlich eine ruhige, etwas zurückgenommene Bridgerton ist. Sie war immer sehr still und ist so ein bisschen untergegangen in diesem Geschwisterhaufen. Deswegen fand ich schön, dass sie jetzt in dieser Staffel so ein bisschen auch in den Mittelpunkt gestellt wurde. Und der potenzielle Ehemann, den sie ja dann auch findet, ist auch ein ganz ruhiger Vertreter. Das fand ich so lustig mit den beiden, dass sie sich getroffen haben und einfach zusammen da saßen und geschwiegen haben. Und die Mutter, die das überhaupt nicht versteht, ganz panisch, meinte, wie sollen sie sich denn kennenlernen, wenn sie nicht miteinander reden? Während Francesca ganz glücklich war, dass sie nicht irgendwie so höfliche Konversation betreiben musste, in der es irgendwie um das Wetter und die Blumen geht. Ja, also das ist Francescas Geschichte, so ein bisschen eine kleine B-Story. Aber die Hauptstory, wie gesagt, sind Penelope und Colin. Und da Penelope ja mein Liebling ist, habe ich mich da sehr gefreut. Und es kommen so ein paar Storylines, die in Staffel 1 und 2 angefangen haben, hier dann jetzt auch. Und zum Tragen, zum einen ist es natürlich die Geschichte, dass wir wissen, dass Penelope Lady Whistledown ist. Und das ist ja tatsächlich ein Doppelleben, das sie führt und das ja auch am Ende der letzten Staffel dazu geführt hat, dass sie sich ja mit ihrer besten Freundin Eloise zerstritten hat. Eloise redet mit ihr also nicht mehr, hat sie mehr oder weniger fallen gelassen. Und am Ende dieser zweiten Staffel hatten wir auch die zweite wichtige Beziehung von Penelope, die mehr oder minder in die Brüche ging. Nämlich Colin, der ja zu seinen Kumpels gesagt hat, er würde nie im Leben Penelope daten, beziehungsweise um ihre Hand anhalten. Das käme ihm noch nicht mal in den Sinn. Das heißt, die einzigen beiden Bezugspersonen, also die beste Freundin und quasi der beste Freund und Mann, in den sie heimlich seit vielen Jahren verliebt ist, haben sie fallen lassen. Und jetzt steigt diese dritte Season eben nach einem langen Sommer ein, wo sie sich alle nicht gesehen haben. Colin war auf Reisen und kehrt jetzt wieder zurück. Eloise war auf dem Land und hat dort andere Freundschaften geschlossen. Und ja, Penelope ist so ein bisschen auf sich selber zurückgeworfen gewesen. Und man hat schon das Gefühl am Anfang der Season, dass sie versucht, sich selbst zu finden. Sie ist auf jeden Fall, finde ich, viel selbstbewusster in der Art und Weise, wie sie auftritt. Und das macht sich auch bemerkbar insofern, als dass sie dann sagt, sie möchte nicht mal das hässliche Entlein sein und irgendwie in ihrem zitrusgelben Kleidchen da durch die Gegend rennen, weil ihre Mama das so will, sondern sie möchte eben raus aus dieser schrecklichen Familie und möchte auf eigenen Beinen stehen. Und als Frau kannst du das ja nur, wenn du einen guten Ehemann findest. Und das ist ihr drittes Jahr, die sie in der Gesellschaft ist, was im Grunde bedeutet, dass sie eigentlich ein alter Jungfer ist, weil drei Jahre auf dem Hochzeitsmarkt unterwegs zu sein, ohne einen Ehemann abzukriegen, da bist du im Grunde schon erledigt. Sie ist ja auch immer die, die sich irgendwie als Mauerblümchen genau an besagten Mauern und Wänden entlang drückt und keiner fragt sie, ob sie tanzen will oder so. Naja, und sie beschließt jetzt, dass das sich eben ändern muss. Und diese erste Folge fängt schon mit so einem richtigen Aschenputtel-Moment an, so ein klassisches Makeover, wo sie komplett neue Klamotten kauft in neuen Farben. Das zieht sich sehr, sehr durch diese Staffel. Sie sieht also wirklich wahnsinnig gut aus. Und die Farben stehen ihr nicht mehr irgendwie zitrusgelb, hässlich und so. Und die Haare auch nicht mehr in so kleinen Pudellocken, sondern wirklich in so Rita Hayworth-Wellen. Also es sieht richtig cool aus. Es ist natürlich überhaupt nicht zeitgemäß. Aber das ist quasi ein eigener Charakter in dieser Season. Die Kleidung und die Kostüme und die Haare und das Make-up. Also ganz toll. Ja, und dann hat sie so einen großen Makeover-Moment. Und das war auch der Moment, den man im Trailer schon gesehen hat, wo sie da in den Ballsaal reinkommt, in diesem wunderschönen dunkelgrünen Kleid. Und alle gucken sie an und alle halten die Luft an. Und ich habe gedacht, persönlich, als ich den Trailer gesehen habe, das wäre vielleicht so ein Moment, der am Ende dieser ersten Staffel kommt. Und dann stellt sich heraus, nee, das ist gleich am Anfang, in der allerersten Folge. Und ich dachte so, okay, wow. Und was ich aber sehr gut fand, war, dass die Leute wirklich kurz die Luft angehalten haben und gedacht haben, oh mein Gott, Pellinopi, wer ist das denn? Und sie das erste Mal wirklich wahrnehmen. Und dann ist sie aber so awkward, wenn sie mit den Leuten redet, mit den Männern. Und so super peinlich berührt und kriegt irgendwie, druckst nur rum und wird rot und verplappert sich. Also kriegt es auf jeden Fall überhaupt nicht hin, irgendwie normale Konversationen zu führen, dass sie sie alle wieder links liegen lassen. Das fand ich sehr gut, weil das zeigt, dass es eben nicht nur das Äußere ist, sondern eigentlich geht es darum, dass sie sich selber findet und selbst feststellt, wer sie ist und zu sich steht und das Selbstvertrauen in sich findet. Und erst dann ist sie auch so weit, dass sie den Mann finden kann. Und das ist das, was wir hier über diese dritte Staffel sehen, über die vier Folgen. Wie sie peu à peu aus sich herauskommt und sich eben weiterentwickelt, sich festigt. Dazu gehört auch das Thema zum Beispiel in dieser Season, du hast immer ganz viele Spiegel überall. Also so dieses Bild Selbstwahrnehmung und Außenwahrnehmung. Du hast die klassischen Symbole für die Bridgertons natürlich wie immer, die Bienen. Aber, und das fand ich auch sehr spannend für die Featheringtons, und Penelope ist ja eine Penelope Featherington, die Schmetterlinge. Überall an der Kleidung sind Schmetterlinge. Sie ist im Garten unterwegs, Schmetterlinge flattern um sie rum. Also dieses Symbol vom Schmetterling, der aus seinem Kokon schlüpft und zum schönen, wunderschönen Getier wird. Ja, es ist natürlich alles sehr on the nose, aber ich meine, es ist budgetend. Es muss so sein. Das ist die Hauptgeschichte mit Penelope. Natürlich wäre diese Reise unserer Heldin, diese Heldenreise, die sie da auf sich nimmt, keine, wenn es nicht das eine oder andere Problemchen gäbe. In dem Fall ist es so, dass sie diese Heldenreise tatsächlich mit Hilfe macht, nämlich mit der Hilfe von Colin. Sie versöhnt sich mit ihm und sagt ihm dann aber ganz klipp und klar, sie braucht dringend einen Mann. Und dann sagt er, okay, ich kann dir helfen. Und dann sagt sie, wie willst du das denn machen? Ich bin nur total irgendwie verschüchtert und kriege keine Konversationen zustande und überhaupt sowieso. Und dann ist ja quasi so für die Hälfte der Season ihr Coach. Und coacht sie sozusagen und versucht uns so, dass sie eben den besten Eindruck auf die Männer macht. Und dabei lernt sie einen Lord kennen, der um sie wirbt. Und in dem Moment, klar, stellt Colin fest, Moment mal, da ist Pen meine allerbeste Freundin, aber vielleicht ist sie auch mehr als meine allerbeste Freundin. Ja, und dann eskaliert das tatsächlich in der letzten Folge, wo die beiden zusammenkommen und eine extrem heiße Szene in der Kutsche haben und sehr, sehr doll knutschen und vielleicht auch mal ein bisschen mehr machen, aber man ist es nicht so hundertprozentig sicher. Und ganz am Ende, nach dem ganzen Hin und Her und dem Sich-Finden und in sich ruhen und sich auseinandersetzen und schlaflosen Nächten und was nicht alles, fragt Colin tatsächlich Penelope, ob sie ihn heiraten will. Und dann hört diese Staffel auf und ich hab gedacht, ich starbe. Ich so, nein, ihr könnt doch hier nicht aufhören. Aber immerhin sind sie ein Paar geworden in diesem ersten Teil. Damit hatte ich nicht gerechnet. Na, warte mal ab, es kommen ja noch Folgen. Naja, also ich kenne ja das Buch. Aber ich hatte gedacht, dass sie tatsächlich diese Liebesgeschichte über die komplette Staffel ziehen. Aber so wie ich das jetzt einschätzen kann, vermute ich, dass die erste Hälfte der Staffel eben darum geht, und dass Colin feststellt, dass Penelope eben nicht nur seine beste Freundin ist, sondern mehr und sich wirklich in sie verliebt. Und an dem Punkt, an dem er das festgestellt hat, die beiden sich ihre Liebe gestehen, da endet ja diese erste Staffel. Also diese dritte Staffel 3.1. Und 3.2 würde ich jetzt vermuten, und es ist nur geraten, weil ich weiß es wirklich nicht, wäre meine Vermutung dreht sich eben darum, dass diese Beziehung sich etabliert und alle anderen Dinge, die da noch so als Rattenschwanz dranhängen. Denn das Problem ist ja, Penelope ist Lady Whistledown und Colin hasst Lady Whistledown. Man darf ja nicht vergessen, was sie ihm auch angetan hat, gerade auch in der ersten Staffel, mit der schwangeren Verlobten sozusagen und überhaupt sowieso. Und auch letzte Staffel zum Beispiel mit Eloise. Und er sagt auch in dieser Staffel, wenn er herausfindet, wer Lady Whistledown ist, dann wird sie ihn kennenlernen. Und da dachte ich so, oh wow, das wird interessant, wenn er herausfindet, dass ausgerechnet Penn das ist. Und ich glaube, darum wird sich dann wahrscheinlich dieser zweite Teil dann drehen. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Die eine Frage, da du ja die Bücher gelesen hast. Nicht alle, aber das dritte, also nicht das dritte, aber hier für Penelope und Colin das Buch habe ich auf jeden Fall gelesen. Weil sie ja geschrieben haben, oder weil ich ja gelesen habe, dass sie ein Buch übersprungen haben, nämlich das dritte und direkt zum vierten Sinn. Da wäre jetzt gerade die Frage gewesen, warum? Meine Vermutung damals war, dass sie nicht genau wussten, wie viele Staffeln sie von Netflix bekommen und dass sie deswegen das populärste, eine der populärsten Pärchen nach vorne gezogen haben. Das wäre meine Vermutung gewesen. Ich weiß nicht, ob die Fans sich noch geduldet hätten, bis sie zu Penelope und Colin gekommen wären, weil das war tatsächlich, so habe ich das empfunden, zumindest das Lieblingspaar der Zuschauer oder eines der Lieblingspaare. Und man wollte unbedingt dieses Pärchen sehen. Und deswegen vermute ich, dass sie es deshalb vorgezogen haben. Aber das ist wirklich eine Spekulation. Auf der anderen Seite weißt du auch nie, wie lange du die Schauspieler hast. Ich meine, wenn du dir anschaust, unser Duke Hastings aus Staffel 1, der ist ja nach der Staffel 1 auch ausgestiegen. Der ist nicht mehr zurückgekommen. Deswegen sehen wir den jetzt halt auch leider nicht mehr. Dann hast du noch ganz viele andere Geschichten, die nebenbei laufen, die aber auch wirklich spannend sind. Ein großes Thema dieser dritten Staffel ist zum Beispiel auch Freundschaft. Ganz allgemein Freundschaft, nicht nur die zum Beispiel zwischen Colin und Penn, sondern auch die Freundschaft zwischen Penelope und Eloise, die ja in die Brüche gegangen ist. Und die beiden jetzt eben eine Zeit lang getrennt voneinander, ja, ihre Lebenswege suchen. Aber tatsächlich auch, interessanterweise, die Freundschaft zwischen Eloise und Cressida Pauta. Und da habe ich da gesessen und dachte, what the? Ja, also wir lieben es ja, Cressidy zu hassen. Das ist diese, ich sage jetzt mal, böse Mit-Dubitantin, die ja auch vor drei Seasons in die Gesellschaft eingeführt worden ist, zusammen mit Penelope. Und sie denkt ja auch immer, sie wäre die Beste, die Schönste, die Klügste und ist auch wirklich super fies und manipulativ und hat ja auch schon Penelope oft Böses angetan. Und dass Eloise sich mit ihr anfreundet, damit hat irgendwie kein Mensch gerechnet. Und lustigerweise, wie gesagt, habe ich sie immer als Bösewicht gesehen, aber in dieser Staffel bekommt sie durch diese Freundschaft mit Eloise tatsächlich Tiefe. Und das ist ein Charakter, von dem ich das nicht erwartet hätte. Weil eigentlich wirklich erklärt wird, wie sie zu dem geworden ist, was sie jetzt in der Serie ist. Und das ist eben nicht nur fies, aber eben auch fies. Da bin ich wirklich gespannt, wie das in der zweiten Hälfte der Staffel weitergeht. Also das hat mich wirklich sehr überrascht. Und auch, dass ich plötzlich sowas wie Sympathie für die Figur hatte und dachte, wow, ich will sie eigentlich hassen, aber ich kann sie nicht hassen. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn was gut geschrieben ist. Ja, vielleicht gibt es ja auch nochmal extra Turnover, dass man sagt, oh ja. Aber es ist ja meistens so, dass du Charaktere hast, wo du denkst, okay gut, wenn sie gut geschrieben sind, dass man dann doch irgendwie eine gewisse Art von Sympathie oder zumindestens Mitleid hat, wo man denkt, du bist eigentlich ein ganz Arme. Naja, und dann haben wir halt noch so ein paar kleinere Geschichten. Also ich meine, klar, Francesca und ihre Einführung in die Saison ist die zweite Hauptstory neben Penelope und Colin. Und dann hast du, wie gesagt, Eloise und ihre Freundschaft zu Cressida. Dann hast du natürlich aber auch Anthony und Kate, die aus ihren Flitterwochen zurück sind und frisch verliebt sind und da irgendwie jetzt versuchen, wieder Fuß zu fassen, was auch irgendwie nett ist für die Fans von Staffel 2, dass sie eben das Pärchen auch wieder zu Gesicht bekommen. Dann hast du Lady Danbury, die wir auch lieben und die auch so ihre kleineren Problemchen hat, aber wieder versucht natürlich, die Gesellschaft nach ihren Gunsten zu manipulieren. Dann hast du Queen Charlotte, die natürlich auch so von der Seite aus versucht, irgendwie Schicksal zu spielen. Du hast auch neue Figuren. Du hast, wie gesagt, den Lord, der um Penelopes Gunst wirbt. Und der ist auch eine ganz interessante Figur, weil der nämlich Vegetarier ist und irgendwie seiner Zeit voraus und so ein Naturalist. Das heißt, der reist ganz viel und erforscht irgendwie Tierarten und versucht auch irgendwie Tierarten, die am Aussterben sind, zu schützen und so. Also der wird auch ganz schief angeguckt in der Gesellschaft, aber der hat halt Titel und ganz viel Geld und deswegen darf er ein bisschen exzentrisch sein. Dann hast du den Bruder von Lady Danbury, der plötzlich auftaucht und wir alle so, sie hat einen Bruder. Das war so die Reaktion nicht nur von uns allen als Zuschauer, sondern auch der von den Leuten in der Serie, weil alle sich gefragt, du hast einen Bruder. Und der hat einen kleinen Flirt mit Mama Bridgetton, mit Violet. Und das war das Großartigste ever, weil Mamas brauchen auch Liebe. Nicht immer nur die Töchter und Söhne der Familie, die sie ja versucht hat, die Haube zu bekommen, sondern sie selber ist jetzt auch schon länger Witwe. Und erinnerst du dich dran, in der letzten Staffel hat sie so eine wunderschöne Szene gehabt, eine meiner liebsten Lieblingsszenen, wo sie verklausuliert versucht hat, Lady Danbury zu erklären, dass sie jetzt wieder Lust hätte auf eine Beziehung und auf Sex. Und dann meinte sie doch, my garden is in bloom. Also mein Garten blüht wieder. Blüht wieder, ja. Und sie so, dein Garten blüht wieder? Mein Garten. Ach, dein Garten. Und in dieser Staffel haben wir dann jetzt wenigstens eine kleine Fortsetzung bekommen, weil tatsächlich der Bruder von Lady Danbury ein bisschen mit ihr flirtet. Und dann dachte ich so, ach wie süß. Das war sehr schön. Da habe ich mich gefreut für sie. Ja, und so haben wir ganz viele kleinere und größere Storylines. Ja, also ich habe jetzt schon fast das nacherzählt. Aber ganz ehrlich, es waren einfach so ganz, ganz viele tolle Dinge drin. Und ich war sehr positiv überrascht von dieser ersten Staffel. Ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe. Jetzt bin ich auch ein Fan. Ich bin leicht zufriedenzustellen, zugegebenermaßen. Und Penelope ist meine Lieblingsfigur. Also es ist auch nicht ganz so, ganz so schwierig da zufrieden zu sein. Aber ich frage mich halt, wie Leute das sehen, die eben keine bücherten Fans sind. Wie ist es dir denn gegangen? Also du meinst, der Cast war ein bisschen überwältigend. Der ist ja in der Staffel 3 nicht viel kleiner geworden. Nee, es ist wirklich viel. Und dadurch, also es ist ja keine Serie, wo ich jetzt wirklich die Folgen jetzt doppelt und dreifach gucke. Ja. Wie bei anderen Sachen. Das ist da einfach nicht. Ich gucke mir das an und sage, ja, ich kann den Hype verstehen. Ich finde auch alles gut. Also ich finde es auch... Kann man sich angucken. Kein Ding. Nur fehlt mir... Mir fehlen einfach gewisse kleine Komponenten. Ich fand... Ich fand die ersten zwei Staffeln fand ich gut. Aber ich bin tatsächlich von Queen Charlotte angefixter gewesen als vom Original. Vielleicht, weil Queen Charlotte zwar dasselbe Setting hat und mit denselben Werkzeugen arbeitet. Also Musik und Kostüme und alles so opulent und so weiter. Ich meine, die Produktion ist wahnsinnig hochwertig. Also wahnsinnig toll. Ja, aber vielleicht, weil Queen Charlotte sich tatsächlich in erster Linie auf eine beziehungsweise zwei Personen konzentriert hat. Nämlich Queen Charlotte und dann natürlich klar den König als Teil dieses Liebespaares. Aber eigentlich ging es die ganze Zeit um Charlotte. Und vielleicht war es das, was es dann für dich auch spannender gemacht hat, weil du nicht so hin und her gerissen warst zwischen tausend Figuren. Und am Ende dich auch immer fragen musstest, wer war das nochmal? Moment, wo gehört der nochmal hin? Genau, damit habe ich halt teilweise wirklich meine Probleme, wo ich denke, okay gut, ich kenne dich, aber ich habe den Namen. Ah, ja, okay. Könnte sein. Stimmt, bei Charlotte war der Kreis der Mitwirkenden wirklich ein bisschen kleiner. Und ich glaube auch, kann auch gut sein, dass es einfach von der Übersicht her, dass ich mir das, auch so fand ich, die Geschichte fand ich halt tatsächlich interessanter als das Original. Natürlich, es ist, auch Queen Charlotte ist im Kern eine Liebesgeschichte. Aber bei Queen Charlotte hast du natürlich diese ganzen Manipulationen am Hofe, die da noch drumherum mit einer Rolle spielen. Während bei den Bridgerton-Staffeln es tatsächlich ganz simpel einfach nur um Liebesgeschichten geht. Du kriegst zwar ab und zu mal hier und da was in die Speichen geworfen, wie jetzt zum Beispiel eben diese ganze B-Story um Lady Whistledown. Aber im Grunde geht es eigentlich darum, dass ein spezifisches Speichen zusammenkommt. Und die Qualen und Freuden dieser ganzen Geschichte. Ich möchte noch zwei, drei Kleinigkeiten sagen. Zum einen, ja, in dieser dritten Staffel haben wir auch bisher, zumindest in diesem ersten Teil, Sex gehabt. Weil es ja immer heißt, es wäre so sexy. Gerade auch Staffel 1 fand ich sehr viel Sex. Das hast du auch hier in Staffel 3. Aber ich finde doch in Maßen. Also das war tatsächlich in dieser Staffel, jetzt in diesem ersten Teil mal so, dass ich gesagt habe, ach, das ist doch okay. Also es war ein bisschen, aber es war jetzt nicht so, dass ich wie bei Staffel 1 dachte, wow, das ist mir schon fast zu viel. Und in Staffel 2 dachte ich die ganze Zeit, wann kommt es endlich? Also das war, weißt du, das waren so die zwei Gegenteile. Und jetzt in Staffel 3 dachte ich so, ach, das ist doch in Ordnung. Ich hoffe ja, wie gesagt, dass wir dann in der zweiten Hälfte noch ein bisschen mehr bekommen. Aber weil dann sind sie ja ein Paar auch. Jetzt hat es ja erst mal gedauert, bis sie zum Paar wurden. Und mal gucken, was ich dann erzähle. Aber das fand ich ganz gut. Die Produktionswerte, wie gesagt, sind wahnsinnig hoch. Ich habe so viel Freude an diesen Kostümen. Ich finde die so wunderschön. Ich habe irgendwie eine Schwäche, wenn was bestickt ist. Und ganz viele der Kostüme, vor allen Dingen auch von Penelope, sind halt handbestickt. Die sehen so toll aus. Und ich habe da echt nur gesessen und dachte, wow, ich will nicht wissen, wie viele Stunden da das Kostümdepartment alleine nur in dieses eine Outfit gesteckt hat. Und ich meine, sie trägt ja diverse über diese vier Folgen verteilt. Natürlich, klar, der Rest des Castes auch. Und dann, ja, und auch die Schauorte und wie das Ganze ausgestattet ist, Kostümbild und so weiter. Es wird beklotzt und nicht gekleckert. Das ist auch in dieser Staffel wieder so. Und dazu dann passend auch immer die Musik. Das finde ich ja auch immer so ein schönes kleines Zwinkern ans Publikum, ein Zuzwinkern. Weil die ja im Grunde Hits nehmen von heute, Radio-Hits, und sie dann einfach in ein klassisches Gewand stecken. Und das wird dann oft als Tanzmusik bei den Bällen gespielt. Also sowas wie Rihanna oder so. Oder Britney Spears, ja, und das ist schon geil. Das hat mir auch immer sehr viel Freude gemacht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich finde es auch immer ganz nett, wenn du dann da hockst und denkst, ich kenne das, ich kenne das. Und du kommst nicht drauf, du kommst nicht drauf, was ist denn das? Aber ich kenne das. Ja, ja, genau. Also das finde ich auch immer ganz großartig. Gut, also bevor ich jetzt noch mehr schwärme und noch mehr quasi fast schon Monolog führe. Ich kann tatsächlich jedem, der in irgendeiner Form ein bisschen interessiert ist an Kostümdrama, Period Pieces, Regency Area und so weiter, auch so ein bisschen Richtung Jane Austen, Jane Eyre, so diese ganze Geschichte, kann ich Bücherten auf jeden Fall empfehlen. Man sollte definitiv nicht kritisch hinterfragen, was zeithistorische Geschichten angeht. Das ist eine große, bunte Telenovela, viel Farbe, viel Schmuck, viel Glanz, viel Drama, aber historisch mehr oder minder inkorrekt. Von der Frisur hin bis zu dem Umgang mit den Personen untereinander. Aber daran darf man sich nicht stören und wenn man das übersehen kann, dann hat man da glaube ich sehr viel Freude dran. Und das Gute ist, finde ich auch, dass man diese dritte Staffel tatsächlich auch losgelöst schauen kann von den anderen Staffeln. Es gibt eigentlich nur eine Sache, die man wissen muss, um mit dieser dritten Staffel zu beginnen. Und das ist, Lady Whistledown ist Penelope. Oder andersrum, Penelope ist Lady Whistledown. Dann kann man, finde ich, sich auch ganz gut in diese Staffel so einschauen, ohne dass man die anderen beiden vorher gesehen hat. Ja. Wunderbar. Dann wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Schauen und hören uns vielleicht wieder zum zweiten Teil. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.